Der Kinderschreck ist wieder da, G, das Heart to the Core, oder doch nur das S, ach, wahrscheinlich seid ihr die Blaster, Blaster, äh, die Versa-Zone natürlich auch schon wieder, denn ihr seid allesamt so nicht fixiert in diesen Situationen schon gewesen, wie ich mal. Allerdings seid ihr fixiert auf die Optik, und somit denke ich mir, stoppte ich natürlich auch schon wieder Dropkicks dagegen zu geben, und natürlich auch nur aufgrund einer Tatsache, was für Gehten. Ständig seid ihr so fixiert, als ob ihr nichts Lockeres mehr wird, also in diesem Lande. Wahrscheinlich seid ihr einfach allesamt nicht mehr ganz frei verstanden, also denke ich mir natürlich auch, bekannte Situationen und Geister zu nutzen, doch momentan wollte ich hier natürlich einfach nur schon wieder für mich den Rausch des hiermit natürlich auch existieren, den Waden, den es hier platziert wird, also frage ich mich schon wieder, was geht denn hier ab? Wahrscheinlich einfach bloß gegen ein Krieger-Genius, Heart to the Core, okay, dann war's das auch schon wieder grad so. Missratende Künste, irgendwelcher Leute wollen mich schon wieder zum Ende nötigen, ich hingegen werde diesen Teufel des schönen Idioten immer wieder ganz gerne mal was flippen, denn ich weiß, garantiert bin ich hier so unfreundlich drin, als dass ich hier noch etwas beginne, was ich hier jetzt schon wieder bringe, ist einfach nur Freestyle. Habt ihr es jetzt kapiert, dass ihr keine Genie-Streiche seid, sondern einfach bloß schon wieder hier gleich meist einfach bloß dann mal einbrechnen, weil ich Freestyles, ey, verdammte Scheiß, Mann, ich hasse euch dafür, denke mir natürlich auch schon wieder krass, ja, ich öffne diese Tür und suche nicht nach Liebe, sondern nach dem Triebe, der mich natürlich auch zum Mord tritt, ne, oder doch nur schon wieder zu dieser Tretterschaft, aber wahrscheinlich ist es einfach nur schon wieder irgendetwas zu erraten, da ist das grad, hmm, als dass es noch irgendjemand kapieren könnte. Oh ja, schicke ich mal ein paar MCs in die Rente, indem ich ihren Sensei einfach nur mal wieder kalt mache. Ach, Scheiße, weil ich shit, Mann, was mach ich dann? Wahrscheinlich einfach nur mal wieder drüber berichten, wie ich Fun dabei habe. Natürlich auch schon wieder diese ganzen Mord-Bieste schlachten, indem ich einfach nur schon wieder die Elektronenwelt darnehmen und darlegen kann, als ein Elektronen-Dial, bis es dann schon wieder knallt, und zwar so krass in meinem Schädel, als dass es hier noch geschickt eingefädelt wäre, sondern gepfickt eingefädelt. Okay, dann habe ich mich eingemalt, jetzt mal wieder vom Gemälde her, aber ich denke, ich mir natürlich auch schon wieder eingemalt, und zwar haben, nun wohl eher, aber egal, weil ich hier natürlich auch wohl eher, wie eher, wie eher sagen sollte. Achso, sorry, verkriss euch, ihr scheiß Nazi-Wannabes, was hier denn habt. Ihr seid so mies, als dass ich euch noch biester nennen wollte, also revolche ich ständig gegen diese Meute, und denke mir, das war's, bevor noch mehr Deutsche es werden, irgendwann Sprechstallers gelten.